So Leute, herzlich willkommen zu meinem 100 Videos Special und ja, die zockende Runde Unreal Tournament. Ja, und wenn ihr euch fragt, wer wir ist, ja, ich und der Star, das war 33, hallo, ich bin hier miteinander. Genau. Bitte nicht wundern, ich bin ein klein wenig, äh, nicht so ganz da, aber es geht, gell? Der Norm hat's ja schon endlich schon früher erlebt, gell? Ja. Zombie-Modus. Ja, half-Human, half-Zombie. Ja. Also, wir haben uns entschieden, wir zocken mal eine Runde Unreal Tournament, weil Nils hat mich, ja, der gute Stylist Warrior hat mich vor, wann war es, letzte Woche? Mhm. Oder diese Woche noch dazu gemacht. Nee, das war letzte Woche sogar schon. Ja. Dieses Spiel hier zu spielen und, ich muss sagen... Ja. Oh, ja. Dann, es gefällt mir richtig gut, ja. Naja, wir schießen haben wir schon gespielt. Ja. Halt aber gut. Auch wenn ich's erst seit einer Woche kenne. Naja, gut, dann wird's aber Zeit, dass du dann auch das 0-4 irgendwann mal kennenlernst, dass man noch ein bisschen lernt. Harsch. Harsch. Wichtiger 0-4 ist auch nicht schlecht. Also, kurz zur Erklärung. Wir spielen hier gerade den Assault-Modus. Und, ja, also nicht Team Deathmatch oder sowas. Wir zocken hier gerade, wie gesagt, Assault-Modus und wir müssen hier die gegnerische Basis einnehmen und verschiedene Ziele erfüllen. So ist es doch, oder? Genau, das ist der Assault-Modus. Ja. Du musst bei Assault im Endeffekt einfach nur gegnerische Basis einnehmen. Meistens, ich sag jetzt mal meistens, weil es gibt auch andere Ziele natürlich. Ja, wohl. Aber im Normalfall genau da. Na, nimm den Raketenwaffe mit. Habe ich schon. Nein, meiner. Achso. Ja. Da kommst du? Okay. Ja, auf geht's, ab nach unten. Nein, nicht nochmal, dieses Scheiß-Ding. Ich bin da schon einmal festgehangen und das reicht. Achso, die kann man vorbeischieben. Wenn du nicht schnell genug bist, wie ich, dann geht's ab in die Lava, aber das ist nicht schlimm. Achso, ich kann schnell holen. Oh, ich kann. Was zum? Was war das? Bist du verreckt, oder? Ja, ich bin verreckt, was war das? Keine Ahnung. Hey, ich bin nirgends hängen geblieben. Hat mich die Scheiß-Tür gekillt, oder was? Ja, geh vielleicht. Oh, ich bin an den Tournament, ich muss glitchen. Und jetzt falle ich nach unten. Ah, scheiße, ist drauf passiert. Ja, solange es bei ein paar Mal nur bleibt. Eben, jetzt kommst du mal nach, ich geh schon mal. Ich bin schon im Schock-Rifle-Raum, also es geht noch. Ja. Also, die streckt, die... Wir haben uns hier vorgenommen, wir werden verschiedene Modi spielen. Also, jetzt zum Beispiel zocken wir vielleicht als nächstes, ähm, Capture the Flag, Team Deathmatch oder sonst was. Überlegen wir uns dann. Ja. Und dann sehen wir halt mal, wie lang das Video wird. Oh ja. Wow! Oh, ein roter. So. Wir haben so ein Spawn-Point, oder was? Nee, ich bin jetzt im Schock-Rifle-Raum. Äh, ja, im Schock-Rifle-Raum. Aber im Schock-Rifle-Raum? Ja, genau. Ich laufe gerade hoch. So, hast du ein Sniper? Ja. Ach so, hast du gerade geschossen? Ja. Ah, okay, dann kam der Schuss von dir. Genau, im Sinne von... Hier bin ich! Mhm. Also, falls ihr euch wundert, warum hier steht, dass die Strecke... Äh, ja, die Strecke... Die Karte hier fast eine ganze Stunde geht. Hohoho, wenn du mit menschlichen Spielern hier spielst, da brauchst du die Stunde. Richtig, genau das wollte ich gerade sagen. Außer du hast jetzt natürlich Noobie-Boys, klar, im Sniper ist das ein bisschen einfacher. Im Normalfall brauchst du die Stunde echt. Richtig, aber im Gegensatz zu den Bots haben wir das letztes Mal, als wir es das erste Mal gespielt haben, in 10 Minuten gepackt. Ja, das geht doch, 10 Minuten geht das. Ja, aber ich glaube, diesmal werden wir ein bisschen länger brauchen. Äh, kommt drauf an, ich bin schon in diesem komischen Raum mit dem Drehteil in der Lava. Ah, ich komme da jetzt hin. Okay, gut, aber ich bin jetzt... Nein, verdammt. Ah, bist du hinter mir richtig? Ja, da steht einer drin. What the fuck? Oh, jetzt hat es sich gedreht. Ich... So, die gleiche von vorhin. So. Jetzt hör auf zu laggen. Ah ne, es laggt nicht. Es sah nur so aus. Was zum... Was passiert? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Warum dreht die sich jetzt zweimal? Du musst... Ja, du musst jetzt warten. Du musst jetzt einfach warten, bis es wieder richtig sich dreht. Ja, also... Jetzt wird es dann halt ein bisschen langweiliger für euch, Leute. Aber da müsst ihr halt durch. Und dreht sich jetzt mal wieder in den... Und wo werde ich... Ach, der wechseln. Kann sich's jetzt bitte mal langsam wieder richtig... Oh, du bist schon durch. Jo. Ja, okay, Leute. Habt ihr halt... Hm, mich nur rumstehen sehen. Ne, gut. Die Map, das ist aber auch eine etwas schwierigere Map. Ja, stimmt schon. Gut. Dann machen wir jetzt verteidigen. Jetzt sind wir mit verteidigen dran. Die Zeit, die wir gebraucht haben, so lange müssen wir nur verteidigen. Ja, gut, verteidigen ich mal. Was kannst du jetzt großartige Waffen? Du kannst jetzt hier... Eigentlich nicht viel machen. Du kannst jetzt die Waffen nehmen, kannst dann in den richtigen Raum und zack, hat alles ab. Richtig. Also, wir wissen ja, welches unsere Lieblingswaffe ist. Ich hab meine eh immer... Ja. Oh. Hab ich die gar nicht. Ich hab's doch, ne. So. Au. Scheiße. So, und jetzt wird's Zeit, ein paar Headys zu verpassen. Ja. Soviel dazu. Verdammt, oder? Jetzt ja. Na, verpasse ich jetzt ein paar Headys denn mal? Ja, ich hab jetzt sieben Schüsse und nur einen Headdy gemacht. Ne, acht Schüsse und einen... Achterläufter, ja. So, auf geht's. Ah, rennen wir doch nicht in den Weg. What the fuck? Oh, das ist der Mutator mit der Munition. Der was? Das ist der Mutator mit der Munition. Die Munition liegt rum und irgendwann macht's halt... Und jetzt ist der Mutator mit der Munition. Das ist der Mutator mit der Munition. So. Nachdem ich gefreckt bin, ein Headdy gemacht. Ja, muss sein, oder? Alles, was will ich jetzt schießen lassen, oder? Geht doch. Komm, Headdy, Headdy, Headdy. Jetzt lassen wir erstmal die Autofraunen. Ey, Herr Pils. Ey. Du kranker Hörer. Alter, du bist mir voll wehgekig. Ja, heul doch. Und jetzt? So. Ich hab mit Munition am Heißen und Doppelgelimber. Ach, nein! Ich wollte mir grad das Ding snacken. Das ist nämlich so ein 100-Energie-Teil. Ja, also die höchste, die man hier schaffen kann, sind 199. Und... Alter, willst du mich verarschen? Bist du verreckt? Ja. Das war jetzt grad echt lubig. Aber ich zock's auch erst eine Woche. Ich darf das. Nein, nein, nein. Du bist ja nur ausreden. Ausreden nenn ich's. Und... Oh, fickt doch die, Henne. Tschö. So. Nochmal. Ah, ich bin grad so flüchtig. Das geht's ja nicht. Denk nicht mal dran. Ansatz. Mich runterzuschubsen. Ach, nee. Du mir vor Scope läuft's dann nicht. Rache für vorhin. Ach, schade. Jetzt wollte ich dich grad auch unterheizen mit. Tja, Pech gehabt. Und kein Low Scope. Ja, ich hab das 100 Health-Teil gekriegt. What? Jo, Bruder Schuss. Das war mal, ja. Äh, ab, so. Das war's mal schon. Ah, ich brauch dieses... Nebensschwein. Echt? Oh, ich will Chainsaw Massacre machen. Ach, willst du hier... hier Texas Chainsaw Massacre spielen? Ja, richtig. Ja. Fassend zum neuen Film, was ich mal sage. So, komm, zeigt euch, zeigt euch. Zeigt euch. Die meisten sind ja schon da unten. Ja, die meisten sind schon im Traum weiter. Okay. Ihr braucht nur einer aus. Nehmen wir mal kurz das Impulsgewehr, wie ich's nenne. Halt Gun. Ja, ich nehme mir mal kurz das Kegger her auf. Gut. Wollen wir mal runtergehen, mal gucken? Auf geht's. So. Mach ruhig. Ich mach den. Ah, du Fixer, wer hat mich hier gerade abgeschossen? Wow, fuck, 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 fuck! Fuck, nein! Boah, keine Chance, wenn da so eine Masse ist. Das war ja klar. Wo sind... Jetzt mal eine andere Frage. Wo sind eigentlich unsere Leute? Die sind sonst wo. Keine Ahnung. Hätte ich gesagt, keine Ahnung. Ja. Oh, blind gekillt. Der stand in der Wand. Krass, nn. Ja, der stand in der Wand und ich hab ihn erwischt. Ja, und jetzt werde ich gleich erwischt. Verdammt. Portabag. Schiss. Mal wieder. Ja, jetzt geht's. Ja, und nicht verreckt. Das ist der Puff. Der scheiß Vorführeffekt. Wir lieben dich. It's classic. Oh, jetzt bin ich schon wieder in dem falschen Teleporter. Das Gefühl kehrt nicht so gut. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache... Ich begehe jetzt suicide. Geronimo! Geronimo! Und? Und? So. Also, ich würde sagen, wir machen dann noch eine, wenn's ne kurze Map kommt. Ja, dann machen wir noch schnell ne Runde Assault. Und dann würde ich mal sagen, machen wir kurz ne Runde CTF, oder? Ah, CTF, TDM, was du willst. Ich wäre für CTF. Was ich nämlich sage, hat jetzt Surfer dann wechselt. Ja, und dann... Aber warte. Dann schauen wir, welche kommt. Highspeed. Okay, die machen wir schnell. Äh, ja, wortwörtlich. Ja. Würde ich mal sagen. Also, nein, ich bin nicht auf rot. So. Wo? Layer Setup. Soll ich's langsam angehen, oder soll ich's wieder versuchen? Warte. Das machen wir, wenn, dann schon zusammen. Auf Deutsch durchheizen, wie ein Gestalter. Ja, okay. Durchheizen, wie noch was. Und, Antigravitationsstiefel. Dann mache ich wieder mein Classic. Mein Classic. So, einmal rüber. Springen wir mit den Gravity Boots immer so hoch. So. Und das war's auch schon. Die Gravity Boots haben nur vier. So. Ich kill den, der killt mich. The fuck. Ach so, das hatten wir ja schon mal. Ja, stimmt, das war doch mit dem... Naja. Wow. Fuck, 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 fuck. Nice. Fuck, 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 fuck. Wir killen uns, oh damn, tell. Fuck, 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 fuck. So läuft. Alter, hier standen gerade fünf gegnerische Bots. Kein Wunder, ich hab nur einen gewischt. Wer muss da auch nicht. Ja. Wo bist du? Höher am Durchrennen. Auf gut Deutsch, schon im ersten Wagen. Wenn die Bots mich jetzt noch... Weißt du, würden mich die Bots jetzt noch fangen, dann wär's ja was. Aber die krieg mich ja nicht mal mehr. Ja. So, am Arsch. So, verreckt. 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 Ist das nicht euer Ernst? Okay. Das war's. Ja. Oh, 1,13. Das geht schneller. Ja, in Highspeed machen wir sprichwörtlich Highspeed, um durchzurennen. Oh, ja, aber zum meisten sind die Zeiten eigentlich besser. Ja. Unser Rekord war, glaube ich, 45 Sekunden, oder? Ja, irgendwie soweit. Ja. Gut. Also, wenn wir dann verteidigt haben, machen wir eine Runde... Machen wir noch eine Runde, ja. CTF. Und dann sehen wir noch weiter, ob da noch in dem Video hier was kommt, oder ob dann noch ein Park kommt. Dann ist zwar kein 100-Video-Special mehr, aber scheiß der Hund drauf. Hol. So. Wenn ich so in der Richtung laufe, dann raffe ich sie nicht, nur wenn ich von der anderen Richtung komme. Ah, okay. What the fuck. Ach, das war's denn. Und? So, jetzt fängt es gerade irgendwie gerade ein bisschen an zu laggen. Ist normal. Und beim Verteidigen machen wir hier auf Highspeed immer... ... immer Vorrennen. Hey! Was ist... Hat meine Rakete noch erwischt, oder was? Ja! Ja! Nein! Geil! Ja! Alter! Ja! Da hatte ich keine Chance. Ja! Das sind ja nur noch 30 Sekunden. Ja! Also, wie wir ja schon gesagt haben, je länger ihr für die Map braucht, sie durchzurennen, desto länger müsst ihr auch Götter hängen. Und ganz schlecht wäre das dann, wenn ihr die ganze Zeit bei Weapons Factory braucht. Alter! Ja! 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 Das war so ein Straßenknutscher. Ah, alles klar. Gut, also, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal kurz eine Pause und sehen uns dann gleich bei Capture the Flag wieder. Bis gleich. Genau, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt bin ich auf Rot. Dann muss ich nochmal kurz das Team wechseln. So, Player Setup. Blumen. Und jetzt habe ich zwar einen Minuskill, aber wir wollen ja zusammen Snipern. Gell? Richtig. Ah, da ist er ja schon. So. Ach, warte mal, da gibt es ja auch Muni. Gut. Ob, snackt immer ein bisschen. Der klaut mir heißt das. Du, Pole Land? Ja, Pole, Mann. Nein, Mann. So. Wer hat mir mein Readomokel geklaut, die Drecksdorf? Hä? Hast du mir mein Readomokel geklaut? Ja. Pole, Mann. Du willst jetzt aber nicht deine Zuschauer jetzt ernsthaft die ganze Zeit zeigen, wie du Sniperst? Nö, also gut. Oh, fuck, das war nichts. Ja, ich glaube, ich bin einmal zu tief gefallen. Ah, jetzt habe ich mich wieder aufgeladen. Also gut, ich versuche mal die... Ich versuche mal, das Ding zu snacken. Ich versuche mal, ja, 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 verpisst dich, Bot. Gut, reingeht's. Hey, der hat sich schon gesnackt. Okay. Gut, das war Muni. Wenn du zurück bist, gehe ich nur runter. Jo. Hatte die noch? Hat sie jetzt noch, oder was? Ja. Da steht was dran. Nein, warte mal, die liegt auf dem Boden. Wo? Ah, er hat sie. Hopp, renn jetzt da hin. Ah, ich... Was? Warte mal ein bisschen. Also wenn er so nicht, oder wenn diese nicht macht, dann mache ich's gleich. Ah, erst mal. Sie hat sie doch noch hier. Die röhnt jetzt gerade hin zu uns rein. Rutsch. Ja, und Bot fliegen hier rum. Ja, da sieht man's. Unser Nils ist ein ziemlich guter Sniper. Also gut. Warte, du hast den No-Scope gemacht, der Spaß. So. Ach, der hat sich schon wieder gesnackt. So. Den hier nochmal los. Rotikill. Hopp. Ja, das geht jetzt. Was ich halt bin, ist jetzt zum Beispiel in Switching Z1004, die Phase 3, die Saga. Wer schießt hier mit dem scheiß Ripper auf uns? So, ich glaube immer schnell den gegnerischen Reader-Mob. Das muss jetzt sein. Ah, renn da schon ruhig. So. 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 Ah, es ist der Headshot. Jawohl. Ich will sie mir snacken, ich will sie mir snacken. Ja, ja, ja. Chill. So. Also. Reingeht's. So. Au, au, au. Ich werde beschossen. Versuch uns zumindest nicht abzuknallen. Wow, warum steht ihr direkt neben mir? Hey. Du sagst 3, 2, 1, ich habe nicht mal mehr die Chance, das zu machen, weil du dann schon reinspringst bei 1. Ja, äh, sorry. Böser. Böser. Böser, pöser, pöser Lorbein. Böser, böser. Trololololol. Ne, du mich auch. Ja. Ja, ja. Zur Strafe trinke ich jetzt einen Kaffee. Jo, like a godot. Ja, jetzt müsste ich eigentlich die Musik drunter legen. Ah, koste auch, ja. Oh, ne, nix. Ich bin nicht schon wieder rot. Wir spielen nämlich immer auf blau. Eigentlich wäre ich ja gern grünen, aber die Farbe will ja niemand einsetzen. Ja, also, Match beginnt. So, das wird wahrscheinlich jetzt auch das letzte Spiel dann für heute sein. Zumindest für die Aufnahme. Boah, man kann ja immer noch ein andermal drin. Ja. Wie gesagt, dann ist es zwar das nächste Video, wenn noch eins kommt, dann zwar nicht mehr mein 100-Video-Special, aber wie gesagt, scheiß der Hund drauf. Ach ja, da war man einfach so meine Aufnahme, weißt du? Das läuft dann. Wir waren so zwischendurch. Richtig. Äh, ah ja, hier war mein Snoop, das Sniperzeug. Ach, ich hab überall Sniperzeug und keine... Ach, genau, hier habt ihr diese schöne Sniperposition, wo ich echt alles seh. Oh, ich muss erst mal wieder den Weg rausfinden. Kriegst du hin? Alter, ich bin zu scheißen. Ne, das ist er nicht. Ah, ich bin zu dunkelm Kacken. So. Ach, da steht er, ja. Also, ich geh dann mal roh. Ich fühl mich immer noch nicht wohl, wenn so viele Bots hier bei mir steht. Ich glaub, ich kick die Wanne runter hier. Und, tschüss. So. So, einmal rein. Ah, die Bots, die Bots haben mich verarscht. So. Ich bin drin. Äh, geht der? Ja. Geht weh? So, Headshot. Und, da hinten ist er ja. Ey, die haben sich unsere Flagge gesnackt. Lass sie durch, wenn es mit Spaß war. Also, ich hab's so. Jetzt muss ich den, jetzt muss ich noch nicht mehr raus. Aber, guck mal, selbst wenn die jetzt unsere Flagge haben. Glaubst du, der kommt? Nö. Der muss jetzt mir durch. Ja. Au. So. Sehr gut. So, das war's schon, da kommt's, da schon, äh. Ich wollte nicht überhaupt Bots. Ich sehe keinen, ich sehe, da kommt einer. Jetzt sind wir mal ein paar Bots. Da pisst euch! Alter, wollt ihr mich verarschen? Hopp, wo ist der Weg lang? Äh, wo geht's so lang? Ah ja, hier. Next. Wo sind die nächsten Boots? So. Hier nehme ich mir immer die Anti-Gravity-Boots. Und, so. Einer haben wir. Fehlen noch zwei. Ey, der bittst ja in hier rein. Und, noch einer? Ey, ich mache die ganze Zeit No-Scopes. Ja, ist doch gut. Ja. Und wer läuft da? Ne, nicht unser Nils. Oh, verpisst euch der Scheiß-Boots, man. Hab ich noch einen O3. So. Jawohl. Schön einfach hocken, rechtsklick, vielleicht mal kurz Muni holen und Kaffee während des uns aufgeschauten. Ah, das ist schön. Mach dir über den faulen Job. Naja. Ich will ja meinen Zuschauern nicht nur mal meine Sniper-Skills zeigen. Ich will ja nicht nur meine Sniper-Skills zeigen, angeb, angeb. Außerdem ist es langweilig für die Söhne. Gucken die zu, boom, oh, er hat einen Hedgehog, boom, oh, er hat noch einen Hedgehog, boom, er hat, oh, noch einen Hedgehog. Das reicht schon, wenn ich das sehe, die ganze Zeit. Hey, du bleibst das stehen, dann. Und ich wiederhole es nochmal. Ich habe erst letzte Woche mit dem Spiel angefangen und beherrsch's, äh, beherrsch's, ja. Ich beherrsche es jetzt schon, Mama. Ja, genau. Bist voll der Kronkorken mit Zwiebelrostbraten, gell? Genau. So. Der Erfinder, der, der jetzt gerade gesprochen hat, das war der Erfinder des Kronkorkens, der in einem Zwiebelrostbraten versteckt war. So, und hier oben steht nichts, also rein da. Oh, da steht ein Bot, der auf mich snipe, oder was? Ey, zeig dich hier, du feiges Schwein. Okay, dann hat er mal die Enemy Flag. Das überlasse ich mal wieder dir. Also. Ich hole mir wieder die andere. Und. Okay, alles geht. Sehr gut. Und. Ich habe gleich das dritte Mal die Flagge. So. So, ich habe die Flagge, jetzt muss ich nur noch hier raus. Ich nehme immer die, ich nehme immer die Abkürzung durch den Sniper-Turm von denen. Ja. Mach, mach. Wie gesagt, ich gehe seh. Da kann man sich an der Wand irgendwie festkrallen, dann kriegst du keinen Schaden. Den Trick habe ich gesehen. Also. Ich kenne nur den Trick mit Trance. Mit Trance, so kenne ich ihn aber. So, und. Drei. Zwei. Eins. Beiharmt. Einen habe ich noch gekickt, gell? So. Also. Wir waren jetzt irgendwie voll die Gätschinken-Runden. Ja. Also. Wir sind dann fertig für dieses Video. Wir verabschieden. Na gut, stimmt. Stimmt, ja. Wir verabschieden uns dann und sei doch bitte das nächste Mal wieder dabei. Bei meinem nächsten Video. Also. Dann würde ich mal sagen. Auf Wiedersehen, oder? Ja. Wir verabschieden uns. Euer Ash Ketchum und. Der Star Wars War 33, der leider etwas he ist. Also, ich wundere, dass er nicht so ultra aufgedreht heute war. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also. Auf Wiedersehen.